Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu unserem Unpacked Video zur PlayStation 4. Oh yeah, sie ist endlich da. Ungefähr eine Woche nach Release der Xbox One in Europa. Dieses Gerät hier haben die Amerikaner schon sehr viel früher bekommen als wir. Deswegen gibt es dazu auch schon 8 Milliarden Unpacked Videos auf YouTube. Aber ich dachte mir, scheiß drauf, wir haben zur Xbox One eine gemacht, dann machen wir zur PlayStation 4 auch eine. Und da ist mir auch schon direkt die erste Zuschauer-Verarsche bzw. Käufer-Verarsche aufgefallen. Die geile PlayStation 4 steht hier wunderschön in so einem Stand und dann steht hier im Kleingedruckten, der Stand wird extra verkauft. So einfach geht das hier. Aber das sehe ich jetzt mehr als Kleinigkeit. Ich glaube, bei so einer Konsole kommt es weniger darauf an, wie sie vorne auf der Packung aussieht, sondern was sie alles kann. Aber hier in diesem Video geht es erstmal nur um das, was in der Packung drin ist. Man sieht natürlich schon den neuen DualShock 4 Controller, den werden wir gleich endlich mal in der Hand halten. Und man sieht die wunderschöne Konsole, die optisch meiner Meinung nach der Xbox One um einiges voraus ist. Schauen wir uns die Seite an. Die Seite ist nicht spannend, da steht gar nichts. Schauen wir uns die Rückseite an. Da steht eine ganze Menge. Ist jetzt aber nicht wirklich interessant für uns. Da werden die ganzen Features aufgezählt. Der DualShock 4 hat jetzt einen Share-Button, über den wir gleich noch kurz reden. Und es gibt eine geile App und die PlayStation kann damit kommunizieren. Ein sehr cooles Feature. Die PlayStation kann mit der Vita kommunizieren. Das heißt, wenn die Freundin irgendwas auf dem Fernseher gucken will, kann man das PlayStation-Spiel einfach auf der Vita weiterzocken. Dann hier ist ein geiles Headset dabei, beziehungsweise nicht so geil, das weiß ich nicht. Und was hier steht, weiß ich nicht. Sieht aus wie Superman, keine Ahnung, was das sein soll. Außerdem gibt es diese tollen Titel für die PlayStation. Was natürlich auch nicht so ganz stimmt, weil Infamous, Second Son und Watch Dogs gibt es noch gar nicht. Im Gegensatz zu Assassin's Creed und Knack, beziehungsweise wie es in den Amerikanischen heißt, Knack. Und Killzone gibt es natürlich auch. Das ist auch das einzige Spiel, was ich mir bisher für die PlayStation 4 gekauft habe. Das liegt hier auch irgendwo rum. Das werde ich auch noch anspielen, aber Knack hat so schlechte Bewertungen bekommen. Assassin's Creed 4 habe ich schon für die Xbox und die anderen beiden sind noch nicht draußen. Aber als PlayStation Plus Mitglied bekommt man ja Resogun umsonst. Und sogar noch ein Spiel, dessen Namen Contrast heißt das, glaube ich. Das heißt, wenn man sich nur die Box kauft, wie sie hier ist, und man PlayStation Plus Mitglied ist, dann bekommt man nicht nur Resogun und Contrast als kostenfreies Spiel dazu, sondern auch noch die ganzen Free-to-Play-Games, die es auf der PlayStation 4 gibt und die es nicht so wirklich auf der Xbox One gibt. Wie beispielsweise dieses Champions-MMO-RPG und noch so ein paar andere, aber ich habe die Namen davon jetzt verbessert. Okay, wollen wir das Ding nochmal auspacken? Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es funktioniert. Normalerweise checkt man sowas ja, bevor man so ein Video macht, aber ich habe mir gedacht, fuck it, wir machen es jetzt hier mal komplett original, dass ich keine Ahnung habe, wie das jetzt hier alles läuft. Ich glaube, ich muss das hochkant hinstellen und muss jetzt über mein Mikrofon greifen, was ihr nicht seht. Oh Gott, ich muss es mit links machen. Komm raus! Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Ah, ich habe es geschafft. Oh, Akku ist fast leer von der Kamera. Ja, müssen wir uns jetzt beeilen, haben wir geiler Scheiß. Sonst machen wir nachher einen Cut. So, Packung ab. Stehen hier erst nochmal tausend geile Sachen, die überhaupt niemanden interessieren. Von der anderen Seite ist es nichts als ein weißer Kasten, den wir jetzt öffnen werden, falls ich das hinbekomme. Das darf ich aber nicht Richtung Kamera aufmachen, sonst fällt mir die Kamera um. Muss ich das hochkant aufmachen, das geht aber, ne? Ja. So, ein bisschen aufgeräumter als bei der Xbox One, könnte man sagen. Wir beginnen mal hier vorne mit. Wir werden direkt auf Französisch begrüßt, was ich jetzt persönlich schon mal als absolute Beleidigung empfinde. Bin wieder YouTuber's PlayStation. Das ist wahrscheinlich nur Quark. Quark, Quark, Quark. Da sind wahrscheinlich so Quickstart-Guides, die den Leuten erklären, was damit abgeht, auf allen möglichen Sprachen. Hier ist die deutsche Sprache, immerhin auf Platz 2. Willkommen in der Welt von PlayStation. Und dann noch auf allen anderen Sprachen und dann die Garantie und Sicherheitshinweise. Das ist der Pack, das heißt, das könnt ihr quasi ungeöffnet wieder wegwerfen. Beziehungsweise aus der Packung rauswerfen. Kommen wir zu einer sehr wichtigen Sache. Dem DualShock. Den werde ich mal kurz auspacken. Der soll ja laut vielen, vielen Angaben so unfassbar viel besser sein, als die 3er-Version von der PlayStation 3. Der DualShock 4 soll fucking awesome sein. Stimmt, ich nehme jetzt gerade mit einer Kamera auf, die keinen Autofokus hat. Deswegen muss ich den leider hier unten lassen, damit ihr euch den ansehen könnt. Das hier ist ein Touchpad, das man auch drücken kann. Da gibt es natürlich den neuen Share-Button auf dieser Seite. Und den Options-Button hier. Sowohl Xbox als auch Playstation haben keinen Start- und Select-Button mehr, was ich ein bisschen traurig finde. Weil das einfach dazugehört. Und natürlich die Analog-Sticks, die jetzt so viel besser sein sollen, aber das werden wir halt erst im Spiel testen können. Und natürlich die Rücktasten, die Trigger und so weiter und so fort, die nicht einen eigenen Motor haben, wie bei der Xbox One. Anschluss für Aufladen und sowas. Sowie das Licht, das mit der PlayStation-Kamera kommunizieren kann. Und auf der anderen Seite Anschluss für professionelle und normale Headset und normale Kopfhörer. Es gibt hier einen ganz normalen Klinker-Anschluss, wo man theoretisch seine ganz normalen In-Ear-Kopfhörer dranballern kann. Was super cool ist. Meiner Meinung nach hat die Xbox One nicht. Und hier Boxen. Kleine Boxen im Controller selbst. Ich weiß nicht, wie nützlich das ist oder wie nervig. Das werden wir dann noch sehen. Beim Let's Play stelle ich es mir extrem nervig vor, dass da dann irgendwelche Sachen bimmeln, die dann ins Mikrofon gehen. Keine Ahnung, mal sehen. Auf jeden Fall DualShock liegt wirklich gut in der Hand. Ich kann jetzt noch nicht bewerten, wie gut der ist. Müssen wir mal gucken. Was haben wir hier noch? Hier ist doch noch was. Oh ja, hier ist noch was. Oh, gar nicht so wenig. Oh, je, 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 je. So, fangen wir hiermit an. Das ist das Headset in Anführungszeichen. Das Mono-Headset. Viel, viel, viel kleiner als bei der Xbox. In-Ear ist es. Und ich glaube, das hier ist das Mikrofon. Und das war es auch schon. Das ist das beiliegende Headset. Mehr nicht. Da kann man mit den anderen in-game kommunizieren und so weiter und so fort. Werden wir sowieso nicht benutzen, da wir immer TeamSpeak benutzen und generell die Laberei über Konsolen ja nicht so gute Qualität hat. Stromkabel. Hier gibt es keinen riesigen Adapter wie bei der Xbox One. Das haben die schon in die Konsole mit eingebaut, was ziemlich genial ist. Ladekabel für den Controller, den man ja direkt per Akku laden kann, was die Xbox One auch nicht kann. Die hat nur blöde Batterien. Und ein HDMI-Kabel. Auch ganz wichtig. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Konsolen keine Netzwerkkabel dabei haben, aber die haben ja alle Wireless-Unterstützung. Von daher kann man da wahrscheinlich drüber hinwegsehen. Wäre halt trotzdem ein netter Service, denn mir ist aufgefallen, dass mir eins fehlt. Oh, hier hat sich noch was versteckt, was mir gerade auffällt. Hier hat sich noch was versteckt. Was haben wir denn hier? Hier geht es um... Ach, hier werden nochmal die Features erklärt einfach nur und die Online-Funktionalitäten vor allen Dingen. So, jetzt kommen wir aber zum Gesamtkunstwerk. Was hat Sony da hinbekommen? Es ist der absolute Wahnsinn meiner Meinung nach, wie die Ingenieure das geschafft haben. Die PlayStation 4. Unfassbar viel kleiner als die Xbox. Nicht unbedingt leichter, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber genau wie die Xbox One eine matte und eine glänzende Seite. Lass mich mal... Ne, den Dreck lassen wir da einfach liegen. Auf der Seite gibt es nichts zu sehen. Auf der Rückseite hingegen schon. Da sind nämlich die Anschlüsse. Ich weiß nicht, wie gut ihr die jetzt kennt auf die Entfernung. Ich hoffe einfach mal sehr gut. Da haben wir... Da muss ich mal kurz gucken. Das ist nämlich das Problem bei der PlayStation, dass die... Ich muss die jetzt mal auf den Kopf packen einfach, weil sonst sehe ich die Anschlüsse nicht, weil die nach oben hin so spitz zugeht. Das heißt, wenn man da drüber greifen muss, um irgendein Kabel zu wechseln, so hier drüber greifen muss, dann wird das nicht so einfach, weil du nichts sehen kannst, weil die Konsole über die Kabel quasi hinausgeht. Aber da man die wahrscheinlich sowieso nicht so häufig hin und her schiebt, geht das klar. Wir haben... Äh... Aux. Den LAN-Anschluss. HDMI. Optischer Sound. Und... Strom. Und das war es auch schon. Sehr einfach gehalten. Das ist das hier mit Sicherheit für die... Kinect-Kam... Äh, nicht Kinect, sorry. Für die PlayStation-Eye-Kamera. Die ich leider nicht habe. Habe ich nicht vorbestellt. Habe ich mich nicht besonders für interessiert, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich die jetzt auch nicht dabei. Und im Gegensatz zur Xbox haben wir von Sony keine Konsole gestellt bekommen. Deswegen zeige ich euch jetzt tatsächlich meine eigene persönliche Konsole. Ihr wundert euch vielleicht, wo die USB-Sticks sind, die USB-Ports sind. Die sind auf der Vorderseite, nämlich hier. Da könnt ihr dann die Controller laden und alle möglichen anderen Sachen machen, die das Leben schöner machen. Jetzt lasst mich mal kurz umsehen. Ich weiß nicht genau, wo es geht, aber irgendwo geht es. Das kann die PS4 nämlich und die Xbox nicht. Deswegen, also ich finde das relativ wichtig. Man kann die Festplatte ausbauen und eine eigene einbauen. Bei der PlayStation 4 ist eine 500 GB Festplatte mitgeliefert, die erstmal reichen dürfte. Aber wenn es zu wenig wird, kann man sich einfach irgendeine neue kaufen, die halt passt, und einbauen ohne große Schwierigkeiten. Bei der Xbox One geht es nicht. Da muss man dann wahrscheinlich irgendwann auf die offiziellen Microsoft-Festplatten zurückgreifen, die mit Sicherheit ein ganzes Stück teurer werden als die normalen. Ansonsten natürlich kein vertikaler Standfuß. Das Ding steht aber trotzdem vertikal, wenn man möchte. Was bei der Xbox ja nicht passieren darf. Wartet mal. Weil da dann alles kaputt geht. Keine Ahnung. Das Ding steht ohne Probleme vertikal. Darf auch vertikal hingestellt werden. Das macht nichts kaputt. Und werde ich, glaube ich, auch machen, da das einfach weniger Platz wegnimmt, in meinem Fall. Ja, Playstation 4 mit Controller. Ich finde das Gerät optisch deutlich ansprechender als die Xbox One. Zu dem Controller kann ich noch nicht viel sagen. Da finde ich jetzt vom ersten Gefühl her den Xbox One Controller besser. Da habe ich aber auch schon komplett andere Meinungen gehört. Da muss ich mir erst noch ein Bild selber aneignen. Und ansonsten eine sehr aufgeräumte Packung, aber immerhin mit HDMI-Kabel und Mono-Headset. Genauso wie bei der Xbox One. Auch wenn ich persönlich jetzt das von der Xbox One das Headset erstmal ansprechender finde. Aber da ich das sowieso nicht benutze, ist das vollkommen irrelevant. Und genau in dem Moment ist mir natürlich der Akku meiner Kamera leergegangen. Macht aber überhaupt nichts. Ich habe alles Wichtige gesagt und alles Wichtige gezeigt. Das war unser Unpacking-Video zur Playstation 4. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.